Anfahrt zum Wandererparkplatz Wirgenthalstraße Spitze Rechtsabzweigung ins Dorfertal Ankündigung des Wandererparkplatzes Dorfertal Gleich nach der Brücke links halten Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank. 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 Hochbrücke übers Dorfertal. Über eine Brücke kommt man zu einem Aussichtspunkt mit Blick auf den Canyon. Die Johannishütte. Nachdem wir wieder im Tal. Und wenn die Umball angelangt sind, fahren wir zu den Umballfällen. Und dann, Vielen Dank. Am Weg zu den Umballfällen gibt es eine kleine Aussichtsplattform. Am Weg zu den Umballfällen ist eine kleine Aussichtsplattform. Am Weg zu den Umballfällen ist eine kleine Aussichtsplattform. Am Weg zu den Umballfällen ist eine kleine Aussichtsplattform. Am Weg zu den Umballfällen ist eine kleine Aussichtsplattform. Am Weg zu den Umballfällen ist eine kleine Aussichtsplattform. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020